Radheim in Nordrhein-Westfalen. Hier wohnt Großfamilie Wollnie. Am späten Nachmittag sind Harald und Silvia am Putzen. Dann gehen wir jetzt weiter drin machen, hier ist jetzt alles fertig und dann können wir uns von hinten nach vorne durcharbeiten. So, hast du hier im Wohnzimmer Licht angelassen? Nee. Ach, da brauchst du hier draußen die Blumenkett Staub zu wischen. Fangen wir jetzt hier im Wohnzimmer an. Schatz, im Wohnzimmer an und arbeiten uns nach vorne. Nur wenn du weiterhin hier draußen machst, dann hängst du gleich vor der Tür ein bisschen Bordstein am fegen. So, komm. Ey Leute, was geht denn hier ab? Och Mama, du kannst doch nicht hier so reinkommen und das Video zerstören. Wie, ich kann hier nicht reinkommen, das ist mein Wohnzimmer. Das können wir jetzt nicht eröffentlichen und posten. Nee Leute, das geht gar nicht. Mama, raus. Ihr müsst bitte entweder, ihr seid ruhig oder ihr geht's. Ey Leute, könnt ihr mir mal sagen, was ihr überhaupt hier macht? Du schminkt mich. Du schminkst dich. Wir wollen Loredanas Influencer-Karriere ein bisschen anschrauben. Loredana, ihre Influencer-Karriere etwas anschrauben. Ich schraub dich gleich an. Guck Mama einfach nicht an. Wir schneiden den Ton weg und machen da ein bisschen Musik drüber. Mein Plan ist es, mit dem Social Media mein Standbein aufzubauen, indem ich mein Leben von Social Media finanziere. Ich mache das jetzt circa seit neun Monaten und es macht mir mega viel Spaß. Und ja, mit dem einen oder anderen Foto habe ich schon Geld verdient. Und jetzt möchte ich mir Estefania halt dazu holen, weil sie halt mehr Ahnung davon hat. Und vielleicht kann sie mir da auch noch ein paar Sachen zeigen. Und ich finde es halt einfach mega chillig, einfach Fotos und Videos zu posten und damit Geld zu verdienen. Also was will man mehr? Loredana? Ja? Es reicht. Wie sieht das aus? Ey. Nicht gut. Hast du das? Nicht gut. Ich glaube, es brennt bei dir. Ja, eigentlich finde ich immer das... Peter! Komm mal her, Junge. Was denn? Pass auf. Was habt ihr denn für Krämpfe? Ja, ich verstehe dich auch. Guck doch mal, wie sieht die aus? Wirst du das schön finden? Warum malst du das denn daneben? Das fällt gleich gar nicht mehr. Ey, das ist ein Lippenstift. Ja, Mama, wir haben keine Augenbrauenfarbe. Nee, komm, Loredana, was soll das denn? Das ist richtig modern. Was ist modern? Ja, ein Auge, Lidschatten und die Augenbrauen mit dem Lippenstift. Das ist modern. Ich finde es schön, ne? Ich möchte nie modern sein. Ja, die verunstalten sich damit ganz einfach. Da, was ich jetzt gesehen habe bei der Loredana, was jetzt da modern wäre, um die Lippen rumzuschmieren und den Lippenstift auch für die Augenbrauen nehmen. Also, nee. Nee, ich möchte, dass ihr euch auf die Schule konzentriert. Hör mal meine Augenbrauen, wie schön die sind. Mach, mach, mach. Hab ich gut gemacht, ne, Freunde? So kommt. Lasst ein Like da, kommentiert, gibt ein Herz. Tschüss. Abmarsch hoch. Ich finde es trotzdem nicht cool von dir. Ich will ja weitermachen. Mach mal einfach weiter. Ja, ich verdiene mir ja nebenbei auch mit Internetwerbung auch Noras dazu. Aber das heißt nicht, dass im Endeffekt meine kleinen Kinder, die erstmal im Endeffekt eine Ausbildung machen sollen und sich auf Schule konzentrieren, meinen, sie wären ein, ja, Star im Internet, wenn die ihre Schminkünste da zeigen. Das geht gar nicht. Ich meine, wenn sie sowas ein-, zweimal im Monat macht, ist dann okay. Aber ansonsten halte ich da gar nichts von. Sie soll ganz einfach ihre Ausbildung machen, einen Beruf erlernen und dann können wir mal weiter schauen. Ihr macht oben nicht weiter, ihr macht oben was für die Schule, Leute. Ich kann nicht verstehen, warum Mama sich so aufregt, weil ich mit dem Influencer ja eigentlich mein eigenes Geld verdienen könnte und dann nicht mehr so von ihrer Tasche leben würde. Ja, und außerdem, es macht halt wirklich mega viel Spaß und man kann halt echt eigene Erfahrung sammeln und deswegen will ich Loredana dabei auch unterstützen. Ein Zimmer weiter kochen Kalenta und Silvana mit ihren Kiddies das Abendessen für die Großfamilie. Eigentlich. Wie geht denn hier auf dem Spielzeug ab, Leute? Das ist von den Kindern. Was ist hier los? Warum habt ihr denn die Handys in der Knochen und auf der anderen Seite die Babys? Ja, ich guck grad. Ich hab grad, ich hab nur dem Flo geschrieben wegen Selina wegen Hausaufgaben und die hängt schon wieder die ganze Zeit in Fiveels trinken ab. Ja, hör mal. Die Hühner da drüben hängen nur am Internet und sind da irgendwelche Instagram Zeug am machen, weil sie damit Geld verdienen wollen. Die klappern doch nicht mehr richtig, hör mal. Das war gar nicht so eine verkehrte Idee, Mama. Ich denke, dass die Kinder einfach mega Bock darauf haben, weil es neben der, die Schule an sich ist ja schon anstrengend und wenn man dann sowas von zu Hause machen kann und sich dann noch ein bisschen Taschengeld dazu verdienen kann, ist das ja mega für die Kids. Für den Moment kann man das doch mitnehmen, aber man sollte halt seine Prioritäten setzen und da sollte dann Schule aber. Also ich sag mir mal, Schule und Ausbildung soll an erster Stelle stehen? Nee, das ist wohl klar. Und dann kann man das so nebenbei machen. Ganz nebenbei wird nun auch das Happa-Happa für 14 Mann serviert. Ja, mach. So, habt ihr alle Hunger mitgebracht? So, hier. Wo ist denn, äh, sind die anderen denn? Loredana und äh? Na, Familie. Hallo, wo ist Loredana und Estefania? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ey, das gibt es doch gar nicht. Jetzt reicht's mir langsam. Deine zwei Nesthäkchen hatten doch angekündigt, dass es oben mit Training und Instaclips weitergeht. Silvia. Oh, oh. So, oder? Wir haben Zeit, oder? Oder? Waren die doch so, ne? Ey, Estefania. Ja? Hast du irgendwas am Kopf? Nee, wir machen grad ein Video nach. Ich mach dir gleich auch ein Video nach. Abendessen, Leute. Ja. Wir machen da, machen wir dies, da machen wir das. Guck mal, wie es hier aussieht. Aufräumen, Leute. Und jetzt erst mal unter Essen. Ja, was denn jetzt? Essen oder aufräumen? Essen. Also, wenn ich jetzt sehe, wie die Kinder das Umfeld von ihrem eigenen Leben vergessen und nur noch hier, äh, ja, für diese Videoclips und und und, fürs Netz, nur noch da der Kopf steht. Und das geht nicht. Die müssen das normale Leben weiterlaufen lassen und das vielleicht hobbymäßig nebenan ein bisschen laufen lassen. Aber nicht der ganze Tag damit. Wenn ich sehe, wie die Kinderzimmer aussehen, herrschen Glückwunsch. Mama, ich weiß gar nicht, was du hast, äh, Influenzen hast du voll der Traumjob. Damit kannst du in die Welt fliegen, alles. Tut euch das aus dem Kopf schlagen. Es steht erst mal an erster Stelle, Schule fertig machen. Mach ich ja nebenbei. Ja? Nee, machst du nicht nebenbei, das machst du vorne ran. Nee, nebenbei. Nee, das machst du vorne ran. Und danach, was hast du denn vor Kopfschmerzen? Hallo, nehmt ihr mich eigentlich hier noch für voll? Ich wäre froh, dass ich in der Schule überhaupt mache. Ich hätte auch sagen können, ich breche Schule ab. Ja, ich kann Mama aber trotzdem verstehen, weil Schule ist einfach wichtig. Und Mama hat halt schon recht, es kann irgendwann mal vorbei sein. Und dann nix in der Tasche zu haben, ist halt scheiße. Und deswegen ist Schule und Ausbildung schon wichtig. Mann, komm ich um die Welt. Ich bin auch noch nicht um die Welt gekommen. Eins, zwei, drei. Ihr sollt es sein lassen. Jetzt kauf ich euch noch einen Hula-Hoop-Reifen. Runter. Strömschwein. Das Familienoberhaupt hat ein Machtwort gesprochen. Runter geht's zum Abendessen. So, dann wünsche ich euch jetzt mal alle einen guten Appetit. Einen guten Appetit. Und Leute, wie war euer Tag so? Der Esstisch ist ein Ort der Kommunikation. So sieht das Silvia, der heute herrscht. Schweigen im Walde. Und bei dir alles super in der Schule heute gewesen, Estefania? Dritter Versuch. Und wie war es bei dir, Loredana? Ey Leute, ich glaub, ich ringel jetzt gleich hier ab. Könnt ihr mir mal sagen, könnt ihr mal die Handys aus der Hände legen? Wenigstens beim Essen? Ja, gleich. Gleich haben wir nicht. Ich kassier gleich die Dinger ein. Am Tisch normalerweise keine Handys mehr. Ihr wisst das. Nee, also Loredana, jetzt komm. Hier, Handys her. Tu mal Handys, komm. Also ich mein, man kriegt ja schon mit den Kindern gar keine vernünftige Gespräche mehr zusammen. Die haben ja nur noch ihre Handys in der Hand. Außer mit Mucki, mit der kann ich mich noch normal unterhalten. Aber bei den anderen, Katastrophe. Deshalb hab ich jetzt die Handys auch eingesammelt. Die können die nach dem Essen wieder haben. Recht, so Silvia. Als gäbe es bei zwölf Mann am Tisch nicht zig Themen, über die man sich unterhalten könnte. Loredana hat ja dazu entschlossen, sie möchte gerne für die Zukunft Influencerin werden, weil sie damit ja auch weit um die Welt kommt und ja, diesen Alltagsstress ein bisschen aus dem Weg geht. Du hast doch sowieso keine Ahnung davon. Also ich finde das Influencern so gut, weil ich bin halt nicht fest angestellt und sitze dann nicht vom Montag bis Freitag im Büro und muss mir sagen lassen, was ich zu machen kann. Nee, ich kann einfach mein Ding machen und das ist das, warum ich diesen Beruf jetzt machen möchte. Also Loredana, jetzt mal die Kirche ins Dorf, ja? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Du willst doch erstmal was in deinem Leben schaffen. Hab ich doch. Vernünftig die Schule fertig und dann Ausbildung, oder nicht? Mit der Ausbildung lass ich mir noch bisschen Zeit. Warum lässt du, was heißt das, da lass ich mir noch etwas Zeit mit? Ja, ich gucke jetzt erstmal. Loredana, ich möchte aber, dass das Sachen sind, die ihr als erstes in der Tasche habt. Also ich muss sagen, ich hab's jetzt erstmal richtig gescheckt, dass die Loredana das ernst meint, da mit ihrem Influenza-Ding da. Ähm, das geht gar nicht. Würde sie es nebenbei ein bisschen laufen lassen, würde ich das ja noch verstehen, aber hauptberuflich so etwas machen? Nein, dafür ist die ganz einfach. Noch zu jung, soll Schule und Ausbildung machen und danach kann sie dann selber machen, was sie will. Also ich versteh nicht, dass Mama kein Verständnis dafür hat und dafür hab ich kein Verständnis, weil eigentlich soll man seine Kinder ja in seinen Träumen unterstützen. Diesen Traum kann und will die Großfamilienmutter nicht unterstützen. Aus ihrer Sicht muss auch die Schule eine seriöse Ausbildung folgen. Punkt. So, Themawechsel. Peter...